Schlauchboot, Schlauchboot, Boot. Nicht. Ab mal im Kino. Ich verrate dir ein Geheimnis. Hier schaut niemand in die Kamera. Hier spricht niemand. Hier hört niemand zu. Und du schaust nicht zu. Das ist 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 nicht zu. drauf aber ich wünsche die bretze und 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 so ist es willi merk es dir du hast willi ja ich bin der billi warum sprichst du denn so komisch das ist der stimmbruch ich bin doch schon zwei jahre so ich bin die maria vielleicht hast du schon von mir gehört ja ja aber nur schlimme sachen du fragst das fräulein lehrer löcher in den bauch und so die welt hat wie alles zwei gesichter ein schönes und ein weniger schönes wenn es zum beispiel regnet oder stürmt ist sie gar nicht schön dann sofort in den stock zurück und unter den blättern schutz gesucht also heute zum beispiel wenn es draußen regnet und stürmt was macht eine kleine brave biene da na weißt du es willi ja da bleiben wir im stock drin was ist denn los die müssen glaube ich alle luken dicht machen bei dem sturm wo willst du denn hin ich guck schnell mehr raus aber aber maya bleibt da anfOH hoch hop hoch 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Kim, wie heißt du mit Vornamen? Kim? 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 Kim?